Gute Morgen und einen guten Start in die neue Woche. Wir starten die Woche sonnig, gutes Wetter und haben ein traumhaftes Plätzchen ausgesucht. Kai putzt noch seine Zähne? Ja, muss auch was hier, muss auch gemacht werden. Richtig, genau. Oh, ich blende es brutal. Hier stehen wir. Hier stehen Alex und Marie, meine Eltern und Strand und Meer. Also besser geht es gar nicht. Richtiges, traumhaftes Plätzchen. Und nicht nur ist der Platz richtig schön, wir haben auch richtigen Luxus hier. Mal schauen. Käsevater hat ein Motorrad dabei und ist eigentlich schon der ganze zwei Wochen Brotservice hier vorne. Also das ist schon sehr lieb und sehr schön. Also hat es geklappt Roland? Perfekt. Frühstücksbrot da. Frühstücksbrot ist da. Vielen Dank. Käse auch. Dann frühstücken wir gleich. Sorry. Nicht wirklich okay. Ciao. Süperfond. ter Untertitelung des ZDF, 2020 Und da kommen auch dann die Mandas zurück von ihrem Morgenspaziergang, eine kleine Runde gedreht. Und da sind gleich alle da zum Frühstücken. So, und du machst sie noch hübsch? Ja, das muss auch sein, ne? Ja. Sonst habe ich bald eine Monobraue. Ui. Das ist mein einziges Spiegel im Witz. Das ist ja noch schön. Schön, ne? Ja. Oder halt der Rückspiegel. Frühstück ist beendet. War richtig herrlich und gemütlich. Wir haben heute mal auf eine andere Art gefrühstückt. Und zwar am Strand auf dem Boden sitzend. Klingt gut. Also ich hatte keine Probleme. Ich habe auch niemanden meckern hören, dass es die Knie oder irgendwas weh tut. Also war richtig herrlich. Und so sah das hier aus. Wir haben so coole oder wir, meine Eltern und Alex und Marie haben so ein cooles Tuch für Schatten. Genau. Und da haben wir dann einfach drunter gefrühstückt. Der Schatten ist jetzt ein bisschen gewandert. Jetzt wäre es nicht mehr so praktisch. Aber ey, was für ein Frühstücksplatz, oder? Und jetzt geht es erstmal herrlich am Strand. Ich habe mein Buch geholt. Habe mir diesen pinken Stuhl aufgebaut. Und jetzt wird erstmal gelesen, gemütlich gemacht. Zusammen am Strand gechillt. Guten Morgen. Wir haben mal wieder ein herrliches Plätzchen gefunden. Und sind jetzt wieder alleine unterwegs. Die Family ist abgereist. Oder die Fähre geht bei meinen Eltern jetzt am Freitag. Ist schon wieder Richtung hoch in Norden. Und wir bleiben aber im Süden. Und Alex und Marie, die sind jetzt mit der Fähre schon gefahren. Die sind jetzt auf dem Festland wieder angekommen. Und jetzt rufen wir uns erstmal wieder zu zweit hier ein. Und wir haben einen traumhaften Platz. Wir stehen eigentlich fast im Wasser. Herrlich. Es ist noch immer sommerlich warm. Ich habe schon den Bikini an. Und werde jetzt erstmal ins Wasser hüpfen, um mich abzukühlen. Und du kannst mich beobachten dann von hier, wie ich bade? Ja. Ich kann hinterher raus gucken, wie du badest. Sehr schön. Dann hüpfe ich mal rein. Ja. Ja. Ah, herrlich, ich fühle mich richtig frisch. Tut richtig gut, immer morgens ins Wasser zu hüpfen, auch wenn wir das gar nicht so oft machen. Aber heute war es herrlich. Kein Wind und es war zu warm im Bus irgendwann, deshalb hat es sehr gut getan. Jetzt habe ich hier gerade Wüste geschnüppelt und dann wird jetzt noch das Bett abbezogen, weil wir dann nach dem Frühstück gleich Wäsche waschen gehen. Eigentlich wollten wir das gestern machen. Schon das ganze Bett abgezogen gehabt und auch Kleider raus und so in diese Ikea-Tüte und dann sind wir zu der Laundry gefahren und dann war da so viel los. Also da haben schon Leute gewartet und da liefen noch Waschmaschinen. Das sind auch nur zwei Waschmaschinen, eine große und eine etwas kleinere. Und es war schon halb sieben und um acht macht die zu. Und ich habe gesagt, nee. Bis wir dann dran sind, dann kommt jemand und schließt ab, weil es zu macht. Dann haben wir gesagt, nee, komm, machen wir morgen. Dann mussten wir halt gestern Abend das Bett dreckig wieder beziehen mit dem alten Zeug. Naja, jetzt wieder abziehen und dann hoffen, dass es diesmal klappt. Und dann geht es heute Abend in ein frisches Bettchen. Herrlich. Lang her. Sehr lang. Zu lang eigentlich. Alles abgezogen. Und es kommt jetzt auch noch hier dazu. Und das ist noch nicht mal alles. Da ist Bettwäsche und jetzt eigentlich nur Kleidung von mir und auch nicht der ganze Schrank. Nur mal das, was am dreckigsten war. Ja, und die Sachen von Kai müssen noch dazu. Also es werden ein paar Maschinen werden, denke ich. So, wir sind bereit. Ich habe noch kurz mein Jeans geholt und wir sind nämlich auf einmal hier bei einem Wasch retten und waschen uns Kleidung. So, die eine Maschine läuft schon. Große Maschine, 14 Kilogramm mit Bettwäsche. Endlich. Und jetzt wird noch die Kleidung gewaschen und ich wollte meinen Jeans vergessen. Deswegen geht jetzt noch rein. Das ist hier mit einer Riesenmaschine, dass man alles reinkriegt auf einmal. Ja. Und jetzt starten wir die Maschine mal. Hier habe ich die Euros drin. 40 Grad, oder? Und 40 Grad Wäsche, ja. Das braucht es auf jeden Fall. Nach irgendwie, äh, drei Monate kein Wäschemagen. Hahaha. Geht gut. Geld geht rein. Sehr gut. Es fängt an. Jetzt hoffen wir, dass es sauber wird. Ja, ich auch. Und, äh, wir wollten eigentlich erst nochmal in die Wäschstreife, wo wir das gestern probiert haben. War wieder viel zu lang warten. Und hier ist perfekt. Hier gibt es mehrere Maschinen. Ja. Da geht auch den Weg, wo wir hier folgen. Und hier mehr. Wenn wir auf die Maschine warten, arbeiten wir halt noch ein bisschen. Also, Bettwäsche ist jetzt eigentlich so gut wie fertig. Ist gerade fertig mit Schleudern. Und die andere, die ist irgendwie gerade stehen geblieben und sagt jetzt hier Flow oder FL, was auch immer. Und so sieht es da aus. Da hängt noch eine Menge Schaum. Ich weiß nicht, was die macht. Vielleicht abpumpen. Ah, es geht weiter. Mega. Neun Minuten noch. Doch kein Error. So, zweite Maschine auch fertig mit Kleidung. Die kann jetzt auch ab in den Trockner. Jetzt mache ich gerade die Tür auf und sehe, dass es gar nicht geschleudert hat. Es ist einfach noch pittchen nass. Ja, aber ich kann jetzt auch nicht einfach nochmal Geld reinwerfen und ich weiß ja nicht, wie man hier schleudern anmacht. Ich hätte fast gesagt, einfach ein Trockner oder was? Denkst du? Es hat nicht geschleudert. Wenn es pittchen nass ist, ja. Ich kann ja nicht nur einen Schleudergang wieder heim machen. Dann im Trockner, ja. Und sonst hängen wir es noch. So, wo wir aushängen, geht ja anders. Ja, später vielleicht ein bisschen. Dann dann. Also, ab und trocknen damit. Pitchi Pachinas. Das kann man ausfringen. Wir fringen es vielleicht erst aus. So, hier wird jetzt fleißig Kleidung ausgefrungen, bevor es im Trockner geht. Das ist schon einigermaßen ausgefrungen. Nicht mehr viel und das kann man kaum zeigen, aber wie dreckig ist das Wasser, was da rauskommt. Ekelhaft. Ekelhaft. Aller Staub aus Griechenland und Norwegen und so. Fertig. Das haben wir jetzt halt einfach immer noch nass, aber es hat nicht viel gebracht jetzt das Trocknen, muss ich sagen. Haben wir das ausgefroren? Ja, ich habe es ausgefroren. Ah ja, übrigens. Guter Tipp, oder guter Tipp. Ich wollte mein BH waschen, habe aber kein Netz dabei gehabt. Jetzt habe ich dieses so Obstnetz vom Supermarkt, was man so kauft. Einfach den BH da rein und dann hat er auch ein Netz gehabt. Genau. Das ist trocken. Das ist sehr gut. Warm und trocken. Ja, und Bettwäsche. Wir sind angekommen in Turi. Genau wie da oben auf dem Klippen. Wer uns verfolgt hat, weiß, dass wir auch schon waren. Härtiges Brot. Und natürlich, das Erste was gemacht werden muss ist, Leine ausspannen und die Wäsche wird aufgehängt. Ich bin gespannt, ob es noch trocknet bis heute Abend. Es hängt auf jeden Fall schön im Luftle, oder geht im Luftle. Und dann trocknet es hoffentlich echt schnell, dass es heute Abend noch trocken ist. Wir würden es sehen. Auf jeden Fall. Zum Glück haben wir Leine dabei und können wir trocknen. Und hier stören wir auch keinen. Aber es sieht einfach herrlich aus. Ein Traum. Ja, jetzt geht auch ein kleines Windchen. Vielleicht versuche ich mal mein Glück. Ich schaue es mal kurz an. Und spring noch kurz mit dem Winkel im Wasser. Was hast du gesagt? Ich bleib bei der Wäsche. Du bleib bei der Wäsche? Ich bleib bei der Wäsche auch nicht. Okay. Wenn ich nichts davon fliege. Auf jeden Fall kein schlechter Platz, um hier zu verbringen. Weil es so schwer ist. So voll viel Wasser geserbt. Und diese Seite hängt auch noch alles voll. Also, bunte Mischung aus Kleidung. Sieht irgendwie ganz fröhlich aus. Wie so ein Fest. Oh, geht. Aber es sieht irgendwie, habe ich gerade gesagt, ganz fröhlich aus. So, wie das hier alles so hängt. Ja. Ich muss nach hier hin. Die ist zu lang vor der Hände. Oh, geht? Da fällt schon was runter. Wo? Hier. Ja. Was? Deine Hose. Deine kleine. Ja, ja. Die ist zu leicht. Die ist zu leicht. Die muss einfach in Bus. Ah, okay. Siehst du, deshalb bleibe ich hier. Ich mache Aufsicht. Aufsicht. Wäscheaufsicht. Ich habe wieder ein, die runter gefahren sind. Die ist schon fast trocken. Sehr gut. Das bleibt mir da. Ja. 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 Aufsicht. 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 Untertitelung. BR 2018 You see, I know this, but the last days in real life I've noticed Lose the focus, breaking up from our life as we know it If someone had told me that I would take off And find something greener, greener than both We are a few meters away from our old place Because the entry to the wing was not quite optimal, right? So it looked beautiful, I kept the wash in my eyes It was also good so, because I had to turn it over again And you were doing it Yeah, it was really a Kletterer, yeah Yeah, it was really a Kletterer, yeah Also, um Wellreiten or so geht es noch Aber man hatte an Wegen und musste da unten aufpumpen Und dann so entlang der Kliffe irgendwie mit den Wegen manövrieren Und dann ins Wasser springen Das war nicht so einfach Nicht optimal Deswegen hier ist besser Ein paar Meter weiter Einziger großer Nachteil ist, dass wir hier einiges an Algen haben Und das mache ich im Foil nicht so Das stimmt Aber einiges an Algen hört sich jetzt auch sehr schlimm an So viele sind es nicht, aber die reichen dann auf Die reichen dann schon aus, wenn man eine unten am Foil hängen hat Dann ist es direkt blöd zum Fahren Genau, jetzt heute waren wir zusammen auf dem Wasser War auch wieder richtig schön Jetzt lassen wir gemütlich den Abend ausklingen Oder den Abend Es ist noch nicht Abend, aber Nach der Session ein Weinchen, Oliven Lesen Und dann wird nachher gekocht Und dann geht es schön rein Für den Gewitter, weil da kommt es schon dunkel an Genau, morgen soll es nämlich gewittern Ein bisschen regnen, dann machen wir es uns gemütlich im Bus Ähm, genau Wir sehen uns aber erst wieder Nächsten Sonntag Nächste Woche Genau, macht euch den Sonntag auch gemütlich Genau Dann machen wir das auch Und dann sehen wir uns einfach nächste Woche Bis dahin, macht's gut Dach Dach Doei 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 Doei